Die Stute aus Barba, der Generalstuten der Fürsten zuweilen, wurde geprägt durch die Form von höchsten Stuten aus Arabien. Die Strüterstute in Weimarba stand diese tolle Stute hier noch an. Die Strüterstute in Weimarba berücksichtigt sich auf drei bedeutenden Stuten, der Sarab, dem Stuten und Heba. Ganz besonders natürlich auch schon 1880 in der arabischen Küche, wo verfolgt eigentlich die Zucht dort immer wieder tolle Zugpferde, die in Weimarba geriert haben und gewohnt wurden, darunter der orientalische Hengstmutter. Ein Zug von hier steht schon im Zug eines das gebrauchende Mansa. Die Schilder ist dabei, Mono Sama, Nagawa, Sheta, Pinshara und Sarabine. Sind Sie gerne eingeladen, aufgeschwählte alle, Pinshau und Dankeschön. Die Schilder sind dabei, die Sie haben uns gleich gesehen. Die Schilder sind dabei, die Sie haben uns gleich gesehen. Und wir haben uns gleich gesehen, wie die Schulen gleich das holen. Vielen Dank. Vielen Dank.